Okay, heute zeige ich euch mal was Spezielles. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr die Performance von euren Games nochmal verbessern könnt. In meinem Fall jetzt PUBG, Helldivers und Greyzone Warfare. Dazu müsst ihr einen Ausschluss für den Echtzeitüberprüfung, für den Echtzeitvirenschutz hinbekommen. CompMode hat mir das gezeigt und ich habe mir das gesagt, ich mache jetzt mal ein Video dazu, damit ich zumindest auch selbst irgendwann mal wieder da hinkomme. Um das einmal richtig einzustellen. Wie funktioniert das? Also wie könnt ihr diese Ausschlüsse hinzufügen? Ihr geht bei Windows, müsst ihr hier Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen. Das ist bei den Einstellungen für den Viren- und Bedrohungsschutz. Wie kommt der da hin? Ihr klickt auf Start, gebt ein Viren, dann kommt dieser Viren- und Bedrohungsschutz. Dann geht ihr hier auf Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz, Einstellungen verwalten. Und dann geht ihr hier unten auf Ausschlüsse. Dort könnt ihr die einfügen. Jetzt ist die Frage, wo findet ihr die Exit-Dateien und die Pfade zu euren Exit-Dateien in Steam? Dafür gibt es eine Lösung in Steam und zwar klickt ihr jetzt mal hier als Beispiel. Hier geht ihr auf Manage. Also ihr klickt rechts auf das Game, was ihr dazu fügen wollt. Geht auf Browse Local Files und gebt dort Stern.exe ein. Dann zeigt ihr euch alle Exit-Dateien. Und dann müsst ihr jetzt nur noch die richtige Exit raussuchen. Das ist bei PUBG ist TizzleGame.exe. Ihr klickt rechts drauf und kopiert es als Pfad. Dann geht ihr zurück in den Tab Viren- und Bedrohungsschutz. Klickt auf Ausschluss hinzufügen. Auf Prozess. Haut den Prozess hier rein. Und wichtig, da sind noch zwei Anführungszeichen dran. Die müsst ihr beide wegmachen. Und dann sähe das so aus. Klickt auf Hinzufügen, dann ist es erledigt. Mache ich nicht, weil ich habe es schon hinzugefügt. Was macht es? Effektiv sorgt es dafür, dass ihr nicht mehr ständig im Hintergrund den Virenscanner über euer Game laufen lasst. Und dadurch die Performance einbricht. Ganz wichtiger Punkt, den fand ich super von Compt Mode. Danke an der Stelle für den Tipp. Haben wir länger dran rumgetüftelt. Den Tipp fand ich super und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video dazu. Hat eigentlich nichts mit dem Game selbst zu tun, aber ist, glaube ich, ein sehr sinnvoller Tipp. Gut, falls ihr euch was genutzt habt, lasst es mir gerne ein Like und Subscribe da. Bis dahin sage ich danke, passt auf euch auf. Und falls ihr Bock habt, mit uns zu zocken, dann könnt ihr gerne mal im Discord vorbeischauen. Link findet ihr in der Beschreibung. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.